So, dann geht's weiter. Fleet. Na dann, sollen wir noch flüchten. Ich glaube, wir sind wieder an dieser Brücke dort, glaube ich. Ich glaube. Ich glaube, an dieser Brücke waren wir auch schon mal, ne? Ja, ja. Ne. Wieso liege ich denn? Weiß ich nicht. Alter! Ja. Hier ist keine Brücke. Wieso lag ich denn gerade als Einziger von euch auf dem Boden gefesselt? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie dich ja irgendwie festgenommen. Weil du auf Bondage stehst. Ich geb dir gleich Bondage hier. Bondage Boy. Macht einen Abgang, Jungs. So, aber wohin? Ja, bleibt am Leben, bis das neue Flugfahrzeug da ist. Ah, das... Sollte man ja mal irgendwie hinbekommen. Wo seid ihr denn alle? Ich geh nicht zurück in den Knast, ihr Schweine. Bleibt mal, dass wir hierbleiben. Die können ja nur von vorne durch diesen kleinen Gang kommen. Dashbangs? Ja, kommt mal. Drei Minuten, bis das Fahrzeug da ist. Ja, super. Morsch, wieso hast du das Fahrzeug an einem Baum gesetzt hier? Ey, die kommt von hinten hinterm Auto. Hinter unserem Transporter. Ach, schönes Ding. Weißt du, wo die Brücke ist? Unten links. Ja, siehst du, wir sind jetzt hier oben. Wir könnten eigentlich unten warten, ne? Ne, ich glaub hier oben. Viel mehr Deckungsmöglichkeiten, wie da unten. Oh, hier kommen sie von allen Seiten. Ja. Boah. Genau. Was steht hier jetzt? Mach dich rad, Kollege. Zack. Die grünen Swoteinheiten kommen. Ei, hier ist schlechte Deckung, weg hier. Ja, die kommen auch von unten. Also ich fand das unten besser an der Brücke. Ja, wir haben aber hier jetzt ja gespawnt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Von wo schießen die denn überall? Hinter den Zäunen stehen hier noch. Ja, und? Die haben Rauch geworfen. In den Rauch reinschießen. Mit einer Munition dabei. Ja. Boah, es gibt so mal einen zum Nachdenken, meine Freunde. Kommt her. Der ist für euch hier. So, ich leg mal Munition ab hier. Alles klar. Bleib mal kassieren. Und ich leg hier das Medi-Kit hin. Wenn wir von der Treppe wollen die nicht mehr kommen. 30 Sekunden nur noch. Kann ich mal ne Geisel nehmen, warum nicht? Ja, guck mal, das hat mich aber jetzt irritiert. Wenn du mal auf Select drückst, steht da. Gesicherte Beute, Missionssäcke. Gar keine. Liegen hier noch irgendwelche Säcke, die man irgendwie einsammeln kann? Die da einen Bonus geben? Weiß ich nicht. Aufs Dach? Vielleicht hier im Haus? Ja, ja. Achso, kein Zurück. Wir haben nur noch. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Zwei Minuten nur. Naja, zwei Minuten ist genug. Ja, auf jeden Fall kommen wir da hoch. Ich bin auf dem Dach, willst du noch was zu holen? Naja. Naja. Da. Zack. Das haben wir auch geschafft. So, erwartest du noch iPad. Du hast 0 Dollar mit deinem Tageshonorar verdient. Ja, sehe ich auch gerade. Irgendwas haben wir vergessen. Hm. Ne, vergessen nicht. Vielleicht verdient man hier nicht so viel. Ja, weil es vielleicht nur eine Flucht von uns war, das kann auch sein. Oder kommen auf die Verhandlung, ami das court nicht bzw. Stefan Knopf. Beide mich mit dem Wagen.